2008 stellte sich Batman dem Joker. 2010 hat Harry Potter es mit Voldemort aufgenommen. Jetzt kommt der größte Kampf, den die Menschheit je gesehen hat. In ein Kino in deiner Nähe. Putze, wenn du aus Scheindl kommst, bist du ein Homo. Geh jetzt zurück in dein Scheißdorf und nimm deine Homo-Truppe gleich mit. Homo! Marschkantje gegen Scheindl. Gottverdammt nochmal! Ich hab doch gesagt, du sollst abhauen. Komm doch, Junge! Komm doch, Junge! Ey, du Putze, weißt du was? Ein echtes Rennen, Junge. Und wenn wir gewinnen, kommst du nie mehr nach Marschkantje, Junge. Nie mehr! Jawoll, da haben wir ihn. Entschuldige. Den Unfall. Homo! So eine Scheiße! Schau mal hier, Junge! Wir wollen euch um einen Gefallen bitten. Es geht um einen Zwischenfall in Friesland. Ich bin hier in Friesland, auf dem Hof von Bauerfax. Ich hab das mal in so einem Film gesehen, Junge. Das ist ein Vampir. Am 5. Januar. Tune deinen Turbo. Gottverdammt nochmal! So geht das Junge. In die Fresse ballen. Dreckscheiß Fries. Auf Nitro. New Kids. Nitro. Hallo, können wir misschien wel dreie Knuppels mit Turbo-Saus kreien? Was? Ich verstehe nicht, was du da laberst. Diese scheiß Ausländer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017